Tickende Staatsschuldenkrise und rasant steigende Schulden. Nun, schon des Öfteren haben wir in unseren Videos hinsichtlich der Staatsfinanzierung durch Notenbanken, zum Beispiel am Beispiel Japan als Vorreiter, schon mal erwähnt. Denn die sogenannte Japanisierung hat dank der Globalisierung lange funktioniert, was im Zuge der weltweiten Pandemie aber jetzt, meines Erachtens, für die Zukunft zum Problem werden könnte. Da wollen wir uns in diesem Video jetzt mal damit auseinandersetzen, warum das Modell eben nicht zur Nachahmung meiner Meinung nach taugt und warum die Währungsräume, die es doch versuchen, das Vertrauen in das Geld aufs Spiel, letztendlich setzen. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Klaus Hoppel. Fakt ist, dass die Welt im Zuge der Corona-Krise vor der Gefahr einer Deflationsspirale steht. Denn viele merken zurzeit, wie wichtig doch entsprechend ausreichende Ersparnisse und Vermögen vor allem für schlechte Zeiten sind. Daher wird auch in den kommenden Monaten zu beobachten sein, dass die Sparvermögen, die während des ersten Lockdowns aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit möglicherweise gelehrt werden müssen, dass man die gerne wieder aufgefüllt haben sehen will. Klar, während aber die eine Seite Geld spart, muss auf der anderen Seite auch jemand da sein, der Geld sowohl ausleiht als auch noch ausgibt, um eben die Volkswirtschaft letztendlich auch im Laufe zu halten. Normalerweise übernimmt diese Aufgabe der Finanzsektor, der dafür sorgt, dass alle Ersparnisse zu verschiedenen Zinssätzen eben ausgeliehen oder ausgegeben werden. Und das oft mit Hilfe natürlich, klar, der Notenbank. Doch wie ich bereits schon mal gesagt habe, bemühen sich die privaten Haushalte und Unternehmen zur Zeit ihrer Ersparnisse, trotz dieser ganzen Null- und Strafzinsen, weiter anzuhäufen, weil man hat mal gar keine Möglichkeit mehr Geld auszugeben. Damit wird der Privatsektor zum sogenannten Nettosparer, was die Wirtschaft in eine deflationäre Situation durchaus drängen kann. Denn genau das geschah auch in Japan nach dem Platzen der Immobilienblase 1990 oder in den westlichen Ländern im Zuge auch der Finanzkrise schon 2008. Und gerade nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers veranlasste das so gut wie alle im europäischen privaten Sektor, sich in gigantisches Nettosparer statt Investoren zu wandeln und die Volkswirtschaft in eine ausgedehnte Stagnation zu stoßen. Diese Situation aus niedrigem Wirtschaftswachstum in Verbindung mit niedriger Inflation ist auch heute unter dem Begriff als Japanisierung bekannt. Doch gerade in der jetzigen Zeit hat diese Definition eine neue Wendung bekommen. So wird nun auch davon gesprochen, dass es möglich sei, die Anhäufung gigantischer Staatsschulden durch die Ausgabe neuen Geldes bei der Währung der Preisstabilität zu finanzieren. So sind die Staatsschulden Japans von 66% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 1990 auf mehr als 240% des Bruttoinlandsprodukts nach unseren Recherchen gestiegen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sich während diesem Zeitraum der Saldo des Staatsbudgets von einem Überschuss von rund 2% im Jahr 1990 auf ein Defizit von um die 14% in diesem Jahr entwickelt hat. Und besonders in den letzten 10 Jahren wurde ein steigender Anteil der Staatsschuld eben durch Ankäufe auch entsprechender japanischer Notenbanken finanziert. Kein Wunder also, dass die heutzutage der Anteil der von der Bank von Japan gehaltenen Staatsanleihen bei immerhin rund 55% liegt. Dennoch blieb aber die Inflation von zuletzt 0% extrem niedrig. Stellt sich also doch die Frage, was die Welt noch davon abhalten könnte, dem Beispiel Japans nicht einfach Folge zu leisten und immer höhere Staatsschulden durch die Geldausgabe der Zentralbanken zu finanzieren. Warum dieses Modell bis dato so erfolgreich ist, wollen wir uns jetzt im Detail aber erst einmal etwas noch mal konkreter anschauen. Zum einen kam dem Land natürlich die zunehmende Globalisierung und der technische Fortschrift in den vergangenen Jahren zugute, wodurch die weltweite Inflationsrate von 26% im Jahre 1990 auf rund 3% in diesem Jahr sank. Zum anderen hielt Japan die nominale Aufwertung des Yen unter der Inflation seiner Handelspartner im Zuge dessen, die japanische Industrie wettbewerbsfähig bleiben konnte. Und zu guter Letzt steigerten eben Jen-Erwartungen des Yen und die Tatsache niedriger Inflation nicht nur die Konsumgüter. Die Bereitschaft der wirtschaftlichen Akteure, Geld als Mittel zur Weltwertaufbewahrung letztendlich zu nutzen. Nein, vielmehr waren die Konsumentenpreise um nur 12% höher und die Preise für Aktien und Immobilien sogar um 12% beziehungsweise 34% niedriger als noch im Jahr 1990. Nun, das japanische Modell ist also darauf ausgerichtet, dass die Erwartungen für eine Inflation von Güter- und Vermögenspreisen ja nahe oder unter Null sind und die Aufwertung der Wechselkurse der Währung Geld als sicherstes Mittel zur Wertaufbewahrung letztendlich erscheinen lässt. Nun, also solange die Menschen im Glauben sind, dass sie für Geld ebenso viel oder mehr heimische oder ausländische Waren und Dienstleistungen eben oder auch Vermögenswerte erhalten können, wie im Tausch gegen Staatsanleihen, sehen sie keinen Unterschied zwischen diesen Punkten und sind deshalb bereit auch entsprechend natürlich ihre Ersparnisse zu halten. Durch dieses Modell dürfte in der Zukunft schwere umzusetzen sein, denn die Entwicklung der Globalisierung während der letzten Jahrzehnte wird wohl nach der Corona-Krise zurückgehen, sodass vielmehr mit einer Art De-Globalisierung durchaus auch zu rechnen ist. Dadurch wird der Inflationsdruck für die Konsumentenpreise durchaus auch zunehmen können. Denn die Vermögenspreise außerhalb Japan steigen schon seit längerem, was wir am Aktien- und auch Immobilienmarkt natürlich auch hierzulande natürlich ganz klar immer stärker beobachten können. Zudem dürfte die Vereinnahmung der Zentralbanken durch die Staaten als Finanzierungsmöglichkeit für ihre steigende Verschuldung das Vertrauen in die Zentralbanken als eigentlich unabhängige Institutionen die Kaufkraft des Geldes eigentlich gering erscheinen lassen. Hiervor gilt es sich als Privatanleger, Selbstständiger und auch als Unternehmer mit seinem Ersparten kleines oder großes Geld, also kleines oder großes Vermögen zu schützen und besser definitiv aufzustellen. Dabei können Sie auch gerne natürlich, ich wiederhole mich da gerne schon mal, den Expertenrat meines Teams oder mir einholen, denn wir arbeiten täglich mit Menschen zusammen, die ihre finanzielle Situation rund um den eigenen privaten Vermögensaufbau oder auch Vermögensschutz auf eine andere, bessere Perspektive stellen wollen. Den Nullzinsen und Strafzinsen und was nicht alles bringt nichts für den Vermögensaufbau. Einfach unter dem eingegebenen Link zu einem kostenfreien Gespräch eintragen und wir schauen dann, inwieweit wir Ihnen vielleicht auch da weiterhelfen können. Und damit ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie dieses Video bis zu Ende angeschaut haben. Wenn Ihnen das gefallen hat, das Video, geben Sie dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal, falls Sie es zum ersten Mal hier sehen, dieses Video. Da ist immer wieder was dabei, was wir in der Welt der Finanzen ja gerne nach draußen bringen wollen. Denn eins ist auch klar, wir haben die Pflicht nicht nur für unser Geld zu arbeiten, wir haben genauso die Pflicht dafür, unser Geld besser arbeiten zu lassen. Bis dahin, alles Gute, Ihr Klaus Hoppe.